Das ist Büchel. Büchel liegt in der Eifel, hat 1.152 Einwohner, eine Schule, eine Kirche, 15 Vereine, 4 Spielplätze und 20 Atombomben, von denen jede einzelne die 13-fache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe besitzt. Was? Wozu braucht dieses Büchel denn Atomwaffen? Die Atombomben gehören weder Büchel noch Deutschland, sondern den USA. Deutsche Soldaten sind aber verpflichtet, sie im Kriegsfall auf Befehl des US-Präsidenten zu ihrem Einsatzort zu transportieren. Grund dafür ist die NATO-Vereinbarung über die sogenannte nukleare Teilhabe. Nukleare was? Nukleare Teilhabe Um ihre Vormachtstellung in der Welt zu verteidigen, hat die USA fünf weitere NATO-Mitgliedsstaaten, die selbst keine Atomwaffen besitzen oder besitzen dürfen, mit solchen Waffen ausgestattet. Auf Kosten dieser Länder, also ihrer Bevölkerung. Offiziell dient dies der Abschreckung Russlands, tatsächlich geht es um die weltweite Durchsetzung westlicher und insbesondere amerikanischer Interessen. Die nukleare Teilhabe gibt es bereits seit 1957, aber sie ist alles andere als Schnee von gestern. Erst im Herbst 2019 wurde ein neues Software-Update auf das Waffensystem gespielt und neue, angeblich noch präzisere Atomsprengköpfe sind bereits in Aussicht. Damit wird die Schwelle sinken, diese Waffen in einem militärischen Konflikt tatsächlich einzusetzen. Das beschauliche Büchel gerät so in den Fokus zukünftiger Kriege. Das klingt ja völlig krank. Wer will denn sowas? Das ist eine gute Frage. Offiziell eigentlich niemand. Der Deutsche Bundestag hat sich ebenso für einen Abzug der Waffen ausgesprochen wie der Landtag in Rheinland-Pfalz. Das ist auch konsequent, schließlich hat Deutschland den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet. Laut einer aktuellen Umfrage sind 71% der Deutschen gegen die Bomben in Büchel. Okay, dann sind die Dinge ja eh nicht mehr lange da. Nicht ganz. Während viele im Zuge der Corona-Pandemie jeden Euro zweimal umdrehen müssen, hat unsere Verteidigungsministerin kürzlich erklärt, eine ganze Menge Geld ausgeben zu wollen. Während die 4 Milliarden Euro, die 100.000 neue Pflegekräfte kosten würden, nicht da zu sein scheinen, werden für 7,5 Milliarden Euro 30 neue Atombomber angeschafft. Einsatzort? Büchel. Damit ist klar, dass Deutschland nach dem Willen der Regierung auch in Zukunft eine heimliche Atommacht bleiben soll. Unterbruch des Grundgesetzes, des Völkerrechts und gegen den Willen der eigenen Bevölkerung. Das macht doch keinen Sinn. Also sollen wir uns einfach daran gewöhnen? Nicht unbedingt. Die Proteste vor dem Fliegerhorst, nein, nicht dieser Horst, diese Horst, haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Sie haben sogar so stark zugenommen, dass erst kürzlich ein neuer Sicherheitszaun für schlappe 11 Millionen Euro um den Fliegerstützpunkt errichtet wurde. Na gut, aber jetzt müssen wir uns ja eh erst mal um Corona kümmern. Nein, ganz im Gegenteil. Gerade weil wir uns in einer globalen Pandemie befinden, brauchen wir nichts dringender als internationale Zusammenarbeit und Frieden. Wir brauchen keine Atombomber, wir brauchen überhaupt keine Erhöhung der Rüstungsausgaben. Und wir brauchen schon gar keinen Kriegskurs gegen Russland oder andere Länder. Wir brauchen kein Wirtschaftssystem, in dem Rüstungsprojekte profitabler sind als ein funktionierendes Gesundheitssystem. Das für Atombomber ausgegebene Geld wird unserem durch Privatisierung geschwächten Gesundheitswesen fehlen. Diesem System, in dem Profit vor den Menschen steht, gelingt es nicht, die Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen mit ausreichend Schutzkleidung auszustatten, geschweige denn, für ein angemessenes Gehalt zu sorgen. Wir brauchen eine Welt der Solidarität und des Friedens und eine Gesellschaft, in der die Interessen der werkzeitigen Bevölkerung im Mittelpunkt stehen, nicht der Reichtum und die Macht einiger weniger. Tide wird der Zettbewerb und die Welt der Zettbewerbung im Mittelpunkt stehen, wie es der Zettbewerb ist. Wir brauchen ein paar Böden, die Fähigte zu sorgen, es wird der Zettbewerb und die Zettbewerb wird der Zettbewerb